moin hier ist heini und zwar jetzt geht da los wir wollen geld scheffeln nein es gibt jetzt neue spiele auf dem markt und zwar ist das rockefelle das schwarze gold das ist ganz neu auf dem markt gab es vorher so noch nie ich persönlich habe das noch nicht gespielt aber ich hab das schon mal so ein bisschen reingeschnuppert ist sehr umfangreich auch und für die leute für dieses die gern wirtschaftsstimulation oder wirtschaftsspiele mögen ist das richtig schön wir können mal ein bisschen rumklicken hier was man ja das machen kann tutorial ist ja übersichtlich auch was sie alles machen können werde dir richtig eingeführt wie das geht so ich wurde eben ein cover weglegen zurück zum hauptmenü einstellungen ja auch viele einstellungen möglichkeiten weiter alles einstellen könnt und wenn wir mal auf dem spiel starten gehen dann könnt ihr auch ja endlos spiel kampagnen habt ihr mit verschiedenen maps und mit 20 karten nehmen wir es alles erforschen mit 20 verschiedene produktive produkte können sie aus den rohmaterialöl hergestellt werden und eben ist eure städte dann in der so richtig verkaufen erst wächst alles und ihr müsst alles in schwung halten machen wir mal im einfach morgen wie nun mal eben wieder aussieht denn wenn wir das spiel starten ich habe gerade kaffee getrunken darum klinge ich jetzt so sehr komisch so bist du fertig so ihr kriegt ihr bekommt alles erklärt hier ne ja dann klicken wir mal auf ok ach so jetzt wo wir waren klicken ja tag vom verträge wie gesagt ihr habt ihr ihr müsst hier komplett alles machen das ist sehr interessant ich kann euch das noch gar nicht so richtig alles zeigen weil ich das jetzt noch nicht so richtig gespielt habe aber ich wollte das mal im vorstellen ihr müsst als erstes auch im öl bohren ihr müsst dann auch verträge machen immer exportieren ihr müsst die städte müssen wachsen und so wieder und sofort nur hier unten habt ihr natürlich auch die ganzen gebäuden sogar moschee gift uhr arbeiter wohngebäude verwaltung und da wird dann immer alles nach und nach freigeschaltet wenn ihr genug geld habt das wollte ich euch mal eben zeigen weil viele haben das gar nicht mitgekriegt dass ein neues spiel auf den markt gekommen ist das wollte ich hier mit dem zeigen das startet heute auch noch ein gewinnspiel dazu und dann wollen wir mal sehen dass ihr das schön spielt wenn ihr fragen habt oder sowas alles zu diesem spiel könnt ihr gerne eben fragen einen kommentar da lassen oder sowas alles ja also wie gesagt das schwarze gold rockefälle ganz neu und das ist ein wirtschaftssimulation wo ihren öl mogul werden könnt oder solltet oder so ne also das wollte ich euch vorstellen in diesem sinne ab in die rinne bis dann tschüss tschüss